Hört, hört, das Mittelalter ist zurück! Im September des Jahres 1180 habe ich, Kaiser Barbarossa, Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, hier in Altenburg mit dem Herzogtum Bayern belehnt. Er lebt diesen Tag in einer eindrucksvollen 3D-Animation als 270 Grad Kinoprojektion auf 100 Quadratmetern Leinwand. Die mittelalterliche Stadt, die alte Kaiserpfalz und das Klosterareal Rote Spitzen werden in atemberaubenden Animationen in alter Größe und Pracht zu erleben sein. Also auf und nicht gezögert, reist mit mir zurück in das Mittelalter!